Willkommen liebe Leute, zurück zu Let's Play Mario Party 2, das letzte mal hatten wir die Erklärung bekommen wie das ganze funktioniert und heute fangen wir an mit der ersten stage, unsere Pirate Land. Los geht's, also als erstes muss man die Game Settings machen, das kennen wir schon, ein Player und 3 Computer, das müssen wir Charaktere raussuchen, wir nehmen Mario, als zweiter Spieler haben wir Yoshi, Peach und Donkey Kong, das sind meine 4 Favoriten, die nehmen wir. Alle selben und zwar easy. Oh Gott, wir machen nur 20 Runden, das reißt vollkommen und es gibt Bonisse, das ist ja das Neue. So, und los geht's. Also fangen wir an mit der schönen Party Party. Also ich glaub irgendwie, ähm, der ist 20 Grunden, ich glaub drei Parte oder so wird jeweils eine Stage Spit vertragen. Das sehen wir an. Sieht ganz cool aus. So, das sagen wir mal als Piraten. Das hier ist Piratenland. Das ist eine tropische Insel. Und die Beratung beauftragt, auf der Insel nach allen Secrets zu suchen. Ah ja, und Boss ist eben der böse Pirat. Und das ist quasi die, also die müssen den Käpt'n hier besiegen. Und der ist eben böse. So, und erst muss ich mich immer würfeln. Ich hab's gesehen, ich bin als erstes. Halleluja. Da freust du mich drauf. Yoshi als zweites. Richtige Reihenfolge. Stehen zu alle Pizzas drittes. Und Donkey Kong als jetzes. Und zuletzt gibt's noch ein Present, ein Geschenk. Zehn Coins für jeden. Danke dafür. Also, viel Glück und bekommt viele Sterne. Und jetzt schauen wir, wo der erste Star ein ist. Stern ist da beim Tod. Da ist der erste Star. 20 Münzen. Tauscht mal gegen den Stern ein. Und das ist Bowser. Baby Bowser ist over there. Also, Baby Bowser ist dort. Ähm. Er nimmt die Münzen von dir weg. Also, pass auf. Und als Erinnerung, wenn er ein richtiger Bowser steht, nehmt der Klasse alle Münzen weg. Das ist heftig. So, ich würfel jetzt die vier und ich darf vier Felder gehen. Und landest du mal auf so'n Feld. Ähm. Der Ronny. Warte. Ähm. Der Ronny. Warte. Okay. Probier mal's. Ach, scheiße. Beide. Ich hab keine Ahnung, was da drinnen ist. Mach mal's. Mach mal's. Hallo? Aha. Lol. ich hab grad keine ahnung ich glaub hier ist nicht was da alles passiert ist ja und es gibt Mario Party 2 zählt tatsächlich von besten Mario Partys wenn das nicht so das beste Mario Party ist und da muss man dasselbe machen und das können wir sogar theoretisch überspringen dachte ich konnte das überspringen vielleicht auch noch nicht da warten wir kurz so für was wird sich Donkey Kong ans heilen ah nicht für das richtige schon mal oder genau nicht für das richtige ich hatte das zufall das richtige wisst und war demnächst präsent Happy so und der hat das Loser Item genommen jetzt kommt Bowser hier hin oh mein Gott hahaha ich bin der Pirat von allen Piraten Captain Bowser ja ich bin der der plündert ey ich werde euch alle Münzen weg die wenn die zu mir kommt hahaha und was macht der jetzt das heißt nach 25 Queller gehen und wenn er auf unserem Feld landet da gibt es Stress bei uns oder ne auf dem Feld wo er landet da bleibt er also es kommt ein Minigame ja toll ich gegen die anderen drei das ist gerest definitiv na toll wir nehmen es aber trotzdem auf und machen das Minigame so ich bin mal so ich bin mal Dürfen mich damit irgendwie nicht unterbekommen Aber so wie diesem Teil werfen Dammit! Wann hat er mich getroffen? Ja ne ist klar Finde ich nicht toll Was? Ja komm Ja scheiße Ich komme gleich beim Sternfreak an Hab aber einfach nur Nicht was in Münzen Hat das Minigame gewonnen? Hätt sie gehabt? So jetzt muss Jossi das Minigame durchführen Mal schauen inwiefern er das jetzt hinbekommt Ich bin gespannt Ah ja Er hat bekommen das Item Sehr schön Jetzt sind auch Donkey Kong und Pete dran Aber auch der Donkey Kong muss 5 Münzen abgeben Und hat damit auch nicht genügend für den Stern Somit haben eigentlich alle bis auf Pete Nicht genügend für den Stern Dong Kong wird gerade verslappt Und jetzt haben wir ein 4 Player Minigame Okay Okay Und da gibt es das Totem Pole Pound Wie geht das? Ja Ah ja man muss Üben was Äh sorry Üben was mal Okay wir sind bereit Wenn wir uns drüber nachdenken Ich muss mich bitte Steuerung Und dann mal was drauf machen Oh wie der Controller vibriert Oh wie der Controller vibriert Hä? Halleluja So und so ist Donkey Kong ist ein zweiter und ich bin immer noch vierter Also Mario Party war noch nie so meine Glückssache Wenn ich ehrlich bin Ich habe erst einmal einen Stern bekommen oder so in allen Mario Partys die ich gespielt habe Also es ist erst mal eigentlich nur Es dringend am eine reine Glückssache Ob man jetzt ein gutes Item bekommt Ja oder ob man das eher nicht bekommt So aber dann kann irgendwie grad noch mehr Pass auf der einen Seite Wer man hier sieht Auf der anderen aber nicht So und der muss jetzt so ein Size Event machen der Donkey Kong Ja der ist böse Der Donkey Kong Er sagt Donkey Kong Der Boser So und jetzt gibt es wieder ein Minigame 1 vs 3 Minigame Nicht mal bin ich nächster Ausgerichter von Dienst Der Gegen die drei Leute spielen muss Heute bin ich bei der Mehrzahl dabei Oh ich muss ganz kurz Das Gamepad Wartet kurz Ich habe nur das Gamepad kurz ans Warten gehängt Vielleicht kanns weiter gehen So wir fangen an damit Einfach press Start Und los gehts Start Wir dürfen einfach nicht umgesossen werden Was Ich habe gesagt ich habe so Pest bei sowas Das ist der Horror Aber ich bin jetzt alle umgekommen Ja der hat gewonnen Ja der hat gewonnen So derbe grad ey Hätte gewinnen können Einmal 2 3 Auch nicht viel besser Ja was was Wir geben dem mal ein Was Ob das die gute Entscheidung war De facto nein Sucker In meiner Party habe ich meistens so Pest So eine Pizza mal wieder zu gewinnen Dich dran ist Donkey Kong Aber der bekommt jetzt hier erstmal Ja Wobei Yossi ist ganz vorne Und das ist wieder ein Minigame Aber erst mal zu Bowser alleine Und das ist ein mieses Wobei jetzt kann man auswendig das Minigame Wo wir jetzt erst 10 Minuten spielen Krass ne Ja Na und der hat dies verkackt Als erster Alle anderen haben items gefunden So jetzt gibt es 4 Player Minigame S&P Gehts Huhu Gegen Yossi und Mario Das ist ein Blatt vom Peril Ja Ja Na ja Ja Okay und wir jetzt Ja Ach, los geht's los. Vielleicht klappt es ja diesmal. Start. Ich fahr gleich mal runter. Und die andere Staffel ist eigentlich ein Ziel. Ich konnte halt auch nur, dass sie gewonnen. Und er ist als erstes da war. Aber wie war es wohl das letzte? Ja, der mit MyPath ja bis zu Pest. Also natürlich hat das alles mit Pest zu tun. Das mit gerade hat einfach... ...keinen Skill aktuell haben, sein zu tun irgendwie. Aber der Rest de facto ist mit Pest. So, und hier könnte ich Joss jetzt schon... ...definitiv den ersten Stern krallen. Und jetzt wird uns gezeigt, wo der nächste Stern ist. Den er gilt zu finden. Und der ist hoffentlich mal in der Nähe. Ach, nee. Das ganze hat der Deck von mir. Ich hätte eh nicht genug Geld dafür. Und so hast du, tut aber dasselbe. Weil wir sind Fragezeichen-Felder. Das ist nicht so gut. Und die hat jetzt auch einen Stern, ne? Aber die hat... ...nurmal weniger... ...ne, ne, ach. Das war die falsche. Sorry. So, und die macht jetzt auch das Minigame. Ne, die wird hierhin transportiert. Hm. Jetzt ist Donkey Kong dran. Und der muss 5 Euro einzahlen. Und dann auf so einem Blitz fällt. Oh. Und der muss ein... ...Battle Minigame. Was? Ah, der Donkey Kong muss den Kack jetzt. Was? Ah, aber einer kann nicht Geld gewinnen, oder was? Wurde so hoffen, dass ich dann die 40 Euro gewinne. Probieren wir es. Das hat so viel Fastelmusik. Voll die Fastelmusik. So, los geht's. Mario Kart Battle. Ach, scheiße. Mach das Werkzeug aus, die Du. Kleiner Spocko. So, und das bekommt jetzt die 4 Tech Münzen. Selbst wenn. What? Die 1. Man bekommt jetzt die 2. So, bekommt schon gar nichts mehr. Ja, Gerest. Ne, alle Münster hat mir geklaut. Also mit der 1. Runde bin ich nicht zufrieden. Definitiv nicht. Ha. Dammit. So. Probieren wir es. Na, war hier ein Parkour-Kack. Ah, ja. Also, Yoshi. Was machst du mit uns allen? Bringst du uns um? Und ich war zum Minus. So. So. Liebe Leute. Das war's für heute. Im nächsten Part soll ich hier weitergehen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und ciao. 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 Ciao.